Also da geht es nicht mehr auf die 95 ist das? 95... Moment mal, da steht Senior Center. Well, there are some more. Da geradeaus muss, 95. Wie muss das? Ja, da ist ja 95 North, oder? Da geht es da sicher South, oder? We want to see... We want to see Arizona, Arizona G. Yes, Texas. Hey, Arizona G. How are you today? Over there, I see your house. Hey, Arizona G. What's your current... What's your currently condition? Wir sind nicht da übernachtet, sondern nur da sind wir mal gesehen. Nur da sind wir mal gesehen. Wannst du mit dem Roma runter? Nein, komm mal auf geradeaus. Wir können hier nicht next ride. Tyres... Route calculation. Route, das ist Route, das ist Route Recalculation. Ja, Miesler. Schau mal, wie cool da. Ist das das Kino gewesen? Das war ein Theater. Just go ahead. What a night calf. What's the name of that calf? Needles. Was haben wir jetzt Needles? Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Da unten ist der Bahnhof. Da kannst du... Da kannst du... Was haben wir auch schon gesehen? Needles. Da unten ist der Bahnhof. Da ist der Zug. Ah, ja. Da kannst du...